Willkommen zur Biologie. Diese beiden Themen erwarten uns heute. Nachdem wir letzte Woche gesehen haben, was die Ziele der Meiose sind, wollen wir heute verstehen, wie dieser Prozess tatsächlich abläuft. Der zweite Teil der heutigen Lektion steht dann im Zeichen des horizontalen Gentransfers. Eukaryoten können genetische Vielfalt unter anderem über Meiose erreichen. Bakterien haben keine sexuelle Fortpflanzung. Wir werden sehen, wie sie über andere Strategien ebenfalls genetische Vielfalt erzeugen können. Die sexuelle Fortpflanzung ist bei Eukaryoten die Standardform der Vermehrung. Es gibt zwar Arten, die sich ausschliesslich vegetativ vermehren, die sind jedoch entwicklungsgeschichtlich, also evolutiv sehr jung, sehr neueren Datums und stellen auch die Ausnahme dar. Dominieren tut, wie bereits erwähnt, die sexuelle Vermehrung und damit auch die Meiose. Dieser Prozess, den wir letztes Mal angesprochen haben und wir heute abschliessen wollen. Dieser Aspekt, der ist im ersten Abschnitt hier drin erklärt. Die sexuelle Vermehrung ist deshalb ein Erfolgsmodell, evolutiv gesehen, weil sie permanent für genetische Vielfalt sorgt und Arten, die über Individuen verfügen, die sich leicht unterscheiden, die sind bei sich verändernden Umweltbedingungen, das bedeutet bei sich verändernden Selektionsbedingungen, potenziell besser in der Lage, sich auf diese Veränderungen einstellen zu können. Wenn man also mit jeder Generation die Möglichkeit hat, neue genetische Vielfalt zu erzeugen, dann ist das langfristig gesehen für das Überleben der Art eine vorteilhafte Ausgangssituation. Wir haben vor einer Woche bereits kennengelernt, was die Ziele der Meiose sind. Das ist einerseits die Reduktion des Chromosomensatzes von Diploid zu Haploid. Die zweite Strategie, das ist die bereits erwähnte Erzeugung genetischer Vielfalt. Das geschieht über Rekombination, einerseits den Umbau von homologen Chromosomen, das nennt man die intrakromosomale Rekombination. Ebenfalls während der Meiose werden die ursprünglich von der Mutter bzw. dem Vater erhaltenen Chromosomen nach dem Zufallsprinzip auf die beiden neu entstehenden Tochterzellen verteilt. Entsprechend haben wir da dann ein Trennen des mütterlichen und väterlichen Chromosomensatzes bei der Erzeugung der Gameten. Und diese zweite Strategie nennt man die interchromosomale Rekombination. Diese Ziele müssen wir wieder erreichen können, wenn wir uns den Ablauf der Meiose genauer anschauen. Die Meiose vom Ablauf her betrachtet unterteilt sich in zwei hintereinander geschaltete Zellteilungen. Bei der Mitose hatten wir nur eine Zellteilung gehabt. Bei der Meiose jetzt werden wir sehen, sind es deren zwei. Die folgen unmittelbar aufeinander. Wir haben sie auf Seite 47, 48 und 49. Ihr seht, ich habe da bereits blaue Balken auf der linken Seite eingezeichnet. Seite 47 und 48, das wäre die erste meiotische Teilung. Das wäre die erste Zellteilung innerhalb der Meiose. Und auf der letzten Seite dann, auf Seite 49, haben wir die zweite meiotische Teilung. Das wollen wir gleich mal hinschreiben, damit wir die Übersicht nicht verlieren. Wir brauchen also von der Beschriftung her auf Seite 47, erste meiotische Teilung. Da können wir Copy-Paste machen für die Folge-Seite, 48. Und bei der letzten Seite dann, Seite 49, da brauchen wir die zweite meiotische Teilung als Legende da auf der linken Seite. Gehen wir aber jetzt ganz an den Anfang und wollen nun Schritt für Schritt uns durch die Meiose hindurchdenken. Den Start machen wir ganz oben. Das wäre eine diploide Zelle. Wir haben von jedem Chromosom zwei Exemplare. Vom grossen Chromosom haben wir ein blaues und ein rotes. Das blaue stammt vielleicht von der Mutter und das rote vom Vater. Von den kleinen Chromosomen haben wir auch zwei Stück. Auch hier das blaue vielleicht von der Mutter und das rote vom Vater kommt. Die Zelle ist also diploid. Ein Ziel wird es sein, den Chromosomensatz zu halbieren. Wir wollen von diploid 2N hinkommen zu haploid, also einem N. Und das bedeutet, dass dann von jedem Chromosom nur noch ein Exemplar pro Zelle vorliegen darf. Wir dürfen dann am Schluss vom grossen Chromosom nur ein Exemplar haben und vom kleinen ebenfalls. Die Prophase 1 bezieht sich auf die erste meiotische Teilung. Die ist bei der Meiose stark verlängert. Manche Lehrbücher unterteilen sie dann zusätzlich in Leptothen, Zygothen, Pachythen und Diplothen. Für uns reicht es, wenn wir sagen, die Prophase 1 ist etwas verlängert. Und wie wir gleich sehen werden, da geschehen auch einige wichtige Dinge gleich zu Beginn der ersten meiotischen Teilung. Wie das bereits bei der Mythose der Fall war, in der Prophase beginnen die Chromosomen zu kondensieren. Sie beginnen zunächst mit der Arbeitsform, sind dekondensiert, liegen als Chromatin vor, treten dann in die Prophase ein und beginnen da langsam sich zu verkürzen. Die Prophase gehen also von der Arbeitsform in die Transportform über. Dieser Prozess geht jetzt aber langsamer vonstatten als in der Mythose. Und der Verkürzungseffekt ist insbesondere zu Beginn noch nicht so ausgeprägt. Das kommt daher, weil die Chromosomen, die homolog sind, also das grosse Exemplar Blau und Rot, die lagern sich aneinander für das kleine Chromosomenpaar hier. Auch die beiden Homologen Exemplare Rot und Blau paaren sich auch. Paarung bedeutet, die DNA-Stränge, vier Stück insgesamt, hier jeweils mit einer farbigen Linie angegeben, diese DNA-Stränge, die richten sich exakt parallel zueinander aus. Da wird also geschaut, dass die wirklich schön nebeneinander liegen und jeweils die gleichen Gene an genau der gleichen Position zu liegen kommen. Der Grund, weshalb die Paarung der homologen Chromosomen exakt sein muss, folgt in der nächsten Phase oder im nächsten Schritt drin, dem Pachyten-Teil der Prophase 1. Als nächstes werden Stücke zwischen Rot und Blau ausgetauscht. Das wäre dieses Crossover oder Crossing-Over, wie es genannt wird. Auf Deutsch übersetzt könnte man das als intrakromosomale Rekombination bezeichnen. Rot und Blau werden jetzt also an definierten Stellen geschnitten, an exakt den gleichen Stellen. Und die DNA-Stränge werden dann übers Kreuz neu mit dem jeweils anderen Chromosom verbunden. Wir haben letztes Mal die Ziele durchnummeriert gehabt und die intrakromosomale Rekombination, das war Ziel Nummer 2a. Die intrakromosomale Rekombination oder eben das Crossing-Over, das funktioniert besser, wenn die DNA-Stränge noch relativ gut zugänglich sind, dann geschieht der Umbau. Und nachdem die Chromosomenstücke ausgetauscht sind, kondensieren dann die einzelnen Chromosomen vollständig, so wie wir das bereits früher gesehen haben. Am Ende der Prophase 1 sehen wir jetzt, sind die DNA-Doppelhelizes so stark verkürzt, dass wir sie als Chromatiden bezeichnen. Jedes Chromosom ist jetzt sichtbar und besitzt zwei Chromatiden. Ebenfalls noch sichtbar sind die Orte der Überkreuzung des DNA-Austauschs, des Crossing-Overs. Die erscheinen im Lichtmikroskop als x-förmige Strukturen. Hier hätten wir zwei beim grossen Chromosomenpaar und beim kleinen Chromosomenpaar haben wir nur ein Crossing-Over-Effekt gehabt. Dieses Ereignis wäre hier im unteren Bereich, da haben wir ein einziges, so ein x, das wir da momentan sehen können. Die Chromosomen sind noch miteinander verbunden aufgrund des vorhergehenden Austausches. Diese Überkreuzungen, diese x-förmigen Strukturen wandern dann gegen Aussen, also gegen die Enden der Chromosomen. Das geschieht am Ende der Prophase 1. Im pink markierten Bereich hier wandern jetzt also diese Überkreuzungen nach oben oder nach unten, sodass dann am Schluss die Chromosomen sich etwas leichter trennen lassen. Die Chromosomen sind jetzt vollständig kondensiert, werden vom Spindelapparat in der Äquatorialebene angeordnet. Das, was vom Spindelapparat in der Äquatorialebene angeordnet wird, sind jeweils die Chromosomenpaare. Hier wäre auf der rechten Seite das blaue grosse Chromosom und links das rote, unten rechts das kleine blaue und links das kleine rote. Die Art und Weise, wie diese Paare in der Äquatorialebene angeordnet werden, das entspricht dem Zufallsprinzip. In unserem Beispiel sind die beiden roten links und die beiden blauen rechts. Genauso gut könnten aber die Plätze von den grossen beiden Chromosomen hier vertauscht sein. Dann wäre das blaue auf der linken Seite und das rote auf der rechten oder ebenso wäre das hier unten denkbar. Wenn sich jetzt dann in der nachfolgenden Anaphase die homologen Chromosomen voneinander trennen, zu den entgegengesetzten Zellpolen gehen, dann hängt es vom Zufallsprinzip ab, welche Chromosomen von einem Chromosomenpaar zu welchem Zellpol gehen. In unserem Beispiel hier gehen die beiden blauen in eine Richtung und die beiden roten in die andere Richtung. Aber wie gesagt, es könnte auch umgekehrt sein, dann würde eben das blaue grosse nach links gehen und das rote grosse ginge nach rechts. Die zufällige Anordnung der homologen Chromosomenpaare in der Äquatorialebene der Metaphase 1, das führt zur interchromosomalen Rekombination und das wäre das Ziel 2b der Meiose. Die Rekombination wird über zwei Strategien erreicht. Einerseits haben wir hier oben gesehen, durch den Umbau der Chromosomen, durch den Austausch von DNA-Abschnitten, das geschieht sehr genau. Und die zweite Strategie für die Rekombination, das ist das zufällige Verteilen auf die beiden Tochterzellen während der Meta- und Anaphase 1, das zufällige Verteilen der homologen Chromosomen in einem Paar drin. Die Chromosomen in der Anaphase 1 sind jetzt auf dem Weg zu den Zellpolen. Die Reise geht da entlang der Pfeilrichtungen nach links und nach rechts. In der Telophase 1 kommen die Chromosomen an den Zellpolen an. Es wird bei Pflanzen eine Zellwand eingezogen, bei tierischen Zellen wird die Zellmembran lediglich durchgeschnürt. Wenn wir jetzt das Ergebnis betrachten, dann sehen wir, jede der beiden Tochterzellen besitzt nur noch einen einzigen vollständigen Chromosomensatz. Wir haben ein einziges grosses Chromosom und ein einziges kleines Chromosom. Das wäre das Ziel Nummer 1, das wir am Ende der ersten meiotischen Teilung bereits ebenfalls erreicht haben, nämlich die Reduktion von Diploid zu Haploid. Die Zelle hat jetzt bereits alle drei Teilziele erreicht. Wir haben Rekombinationen gemacht, intrakromosomale und interchromosomale und ebenfalls die Reduktion von Diploid zu Haploid. Betrachtet man das Produkt, hat man im Grunde genommen auf den ersten Blick bereits alles erledigt. Wir haben haploide Zellen und die sind mit Chromosomen ausgestattet, die jetzt eben neu durchmischt wurden. Genau genommen sind wir aber aus Sicht der Zelle noch nicht komplett am Ziel angekommen. Wenn wir die Chromosomen genauer betrachten an der Stelle, dann sehen wir, sie bestehen noch aus zwei Chromatiden. Jedes der Chromosomen hat zwei Seiten oder zwei Hälften. Damit man zurückgehen kann in den Zellzyklus, in die Interphase, darf aber jedes Chromosom nur noch eine einzige Doppelhelix besitzen. Und dieses Ziel, die Reduktion von zwei Chromatiden zu einer Chromatide, das schafft die Meiose mit der zweiten meiotischen Teilung. Wenn wir da also jetzt eine Seite weitergehen, dann ändert sich noch nichts. Wir haben hier diese Situation, die entspricht genau der hier, mit der wir in die zweite meiotische Teilung eintreten. Die zweite meiotische Teilung ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Mitose von zwei haploiden Zellen. Das, was hier geschieht, ist nichts anderes, als dass wir da die Chromosomen mit zwei Chromatiden durch eine reguläre Mitose hindurchschicken und dann am Schluss vier Zellen bekommen mit Chromosomen, die nur noch eine Chromatide besitzen. Das ist da in der Legende auf der rechten Seite auch erwähnt. Die zweite meiotische Teilung verläuft wie eine Mitose von zwei haploiden Zellen. Für uns hat es den Vorteil, dass da nichts Neues hinzukommt. Die Chromosomen sind bereits kondensiert. Die allfällige Kernhülle, die da am Ende der ersten meiotischen Teilung aufgebaut wurde, die wird wieder abgebaut, so dass dann die Chromosomen in der Metaphase 2 in der Äquatorialebene drin angeordnet werden können. Die liegt jetzt horizontal in unserer Grafik. Im Unterschied zu vorhin der ersten meiotischen Teilung liegt jetzt an jeder Position nur noch ein Chromosom. Die Orientierung in der Äquatorialebene geschieht in der Metaphase 2. Dann wird der Länge nach durchgetrennt, so dass sich die Schwesterchromatiden voneinander lösen können. Die voneinander getrennten Chromatiden wandern dann in der Anaphase 2 zu den entgegengesetzten Zellpolen. An der Stelle spricht man jetzt von Chromosomen. An der Position hier oben haben wir noch ein Chromosom mit zwei Chromatiden. Die Struktur ist zusammenhängend, deshalb ist das ein einziges Chromosom. Wenn der Länge nach durchgetrennt wird, dann bekommen wir zwei Chromosomen mit natürlich jetzt nur noch einer Chromatide pro Chromosom. Die Chromatiden trennen sich, wandern als Ein-Chromatiden-Chromosomen zu den Zellpolen. Das geschieht in der Anaphase 2. In der Telophase 2 kommen sie dann an den Zellpolen an und es wird der Länge nach durchgetrennt. Aus den beiden Tochterzellen entstehen jetzt durch diese Trennung vier Tochterzellen. Der Floigi-Grad ändert sich nicht mehr. Wir haben mit zwei haploiden Zellen gestartet hier oben. Ein grosses Chromosom, ein kleines. Die Schwesterzelle ebenfalls ein grosses Chromosom, ein kleines. Am Ende haben wir vier Schwesterzellen und jede dieser Geschwisterzellen besitzt nun immer noch ein grosses Chromosom und ein kleines. Die sind haploid geblieben. Durch die Farben erkennen wir auch sehr schön, dass sie sich genetisch voneinander unterscheiden. Keine dieser vier Zellen besitzt exakt die gleichen Chromosomen wie die Nachbarn. Manche der Chromosomen zeigen hier Spuren des Umbaus. Die wurden durch Crossing-Over, haben sie Stücke ausgetauscht. Deshalb haben wir da Exemplare, die jetzt rote und blaue Anteile besitzen. Die anderen beiden diagonal angeordnet. Die haben keine Chromosomen erhalten, die umgebaut wurden. Aber wir sehen, blau wäre ursprünglich von der Mutter beigesteuert worden, rot vom Vater. Also diese beiden Gameten, Keimzellen, unterscheiden sich ebenfalls voneinander. Wir haben die letzten beiden Wochen und jetzt heute über die Mythose und Mayose gesprochen. Wir wollen als Abschluss zu dem Thema die beiden Zellteilungstypen noch miteinander vergleichen. Gehen dafür auf unsere E-Learning-Plattform Moodle, scrollen etwas nach unten in den Bereich, wo wir das Skript haben. Und hier findet ihr die Frage Vergleich mit Hose und Mayose. Versucht die zu ergänzen, Zeit 8 Minuten, dann besprechen wir die Lösung. Jetzt bin ich sehr interessiert zu erfahren, wie eure Antworten ausgefallen sind. Das ist richtig. Bei der Mythose haben wir zwei Tochterzellen, die entstehen. Und bei der Mayose sind es deren vier. Gehen wir gleich zur nächsten Teilfrage. Teilfrage der Chromosomensatz wird, so beginnt hier der Satz, wird wie verändert bei der Mayose, bei der Mythose. Richtig, bei der Mythose bleibt der Chromosomensatz unverändert und bei der Mayose wird er halbiert. Teilfrage 3. Kommt es zur Paarung der homologen Chromosomen, ja oder nein? Wie lautet euer Urteil? Die Paarung der homologen Chromosomen führt dann dazu, dass wir eine intrakromosomale Rekombination haben. Wir können also hier Copy-Paste machen. Und nochmals Copy-Paste machen können wir für die interchromosomale Rekombination. Die Schwesterchromatiden, die ist auch spezifisch für die Mayose und fehlt bei der Mythose. Die Schwesterchromatiden, die trennen sich. Die Frage ist, in welcher Phase der jeweiligen Zellteilung, was wäre da euer Urteil? Das ist richtig. In der Mythose hat die Anaphase keine Nummer bekommen, weil es eben nur eine gibt, braucht man sie auch nicht zu nummerieren. Bei der Mayose haben wir gesehen, gibt es zwei hintereinander auftretende Zellteilungen. Deshalb gibt es eine Anaphase 1 und eine Nummer 2. Die Trennung der Schwesterchromatiden, die erfolgt in der Anaphase 2. Diese Teilfrage ist etwas unvollständig. Man kann eigentlich gar nicht genau wissen, was gemeint ist. Die Aussage, Mythose Mayose ist Bestandteil von welcher Form der Fortpflanzung, das wäre hier gemeint gewesen. Die Mythose ist natürlich Teil der vegetativen Form der Vermehrung und die Mayose, die ist ein Schritt in der sexuellen Fortpflanzung. Die letzten beiden Punkte können wir zusammennehmen. Ausgehend von einer Mutterzelle entstehen Töchter. Wie sieht es bei diesen Tochterzellen aus? Einerseits, wenn man sie genetisch untereinander vergleicht und wenn man sie vergleicht mit der Mutterzelle, aus der sie hervorgegangen sind. Das ist richtig. Damit haben wir die Mayose als zweite Form der Zellteilung, wie sie typisch ist, für Eukaryoten abgeschlossen. Die erste typische Form der Zellteilung der Eukaryoten ist natürlich die Mythose gewesen. Wir haben da beides in dieser Tabelle miteinander verglichen. Als nächstes wollen wir nochmals etwas zurückblenden zu den Bakterien, zu den Prokaryoten und uns überlegen, wie dort genetische Vielfalt erzeugt wird. Die sexuelle Fortpflanzung, haben wir gesagt, ist typisch für die Eukaryoten und hat ihnen den ganz grossen Vorteil gebracht, durch die Erzeugung von genetischer Vielfalt eine langfristige Sicherung der Arten zu erreichen. Wenn sich die Umwelt verändert, haben die eukaryotischen Arten in Populationen drin Individuen, die sich leicht voneinander unterscheiden. Und diese sich leicht voneinander unterscheidenen Individuen enthalten dann vielleicht Einzelne, die besser an diese neuen, sich verändernden Umweltbedingungen angepasst sind. Die haben mehr Nachkommen und können so die Art weiterführen. Bei Bakterien hingegen, den Prokaryoten, fehlt die sexuelle Form der Fortpflanzung. Die einzige Form der Zellteilung, welche die Bakterien oder Prokaryoten kennen, ist die vegetative Form der Zellteilung. Wir haben eine Mutterzelle, es entstehen zwei identische Tochterzellen. Die Prokaryoten können also die genetische Vielfalt nicht über die Form der Zellteilung erzeugen, so wie das die Eukaryoten tun über die Meiose, weil sie eben diese Meiose nicht kennen. Trotzdem, die Prokaryoten, die haben im Laufe der Evolution gleich drei unabhängige Strategien entwickelt, wie sie ebenfalls innerhalb einer Population, also innerhalb einer Gruppe von Zellen, genetische Vielfalt hervorbringen können. Sie tun das einfach nicht über Zellteilungen, sondern sie haben eine andere Lösung gefunden. Damit wir die Strategien der Prokaryoten und der Eukaryoten, wie sie zu genetischer Vielfalt kommen, miteinander vergleichen können, wollen wir auf Seite 51 uns einen Überblick verschaffen, wie Gene innerhalb einer Population weitergegeben werden können und wie diese Weitergabe auch über die Generationen hinweg funktioniert. Was wir hier notiert haben, das ist zuoberst eine Generation. Wir können das uns als die Elterngeneration denken. Diese Elterngeneration, die erzeugt Nachkommen, das wäre also eine Folgegeneration, das wären die Kinder. Diese zweite Generation, die erzeugt dann wiederum Nachkommen, das wäre die auf der dritten Zeile, das wäre also die dritte Generation, die Kinder der zweiten bzw. die Enkel der ersten Generation. So wäre dieses Schema hier zu lesen. Wenn sich eine Generation vermehrt Nachkommen erzeugt, dann fliessen Gene, genetische Informationen von der Elterngeneration, in die Folgegeneration rein. Diese Form des Gentransfers nennt man vertikal. Der vertikale Gentransfer geht von einer Generation zur nächsten folgenden Generation. Der vertikale Gentransfer geht von einer Generation zur nächsten. Wir finden diese Form der Weitergabe genetischer Informationen bei Pro- und Eukaryoten. Wenn Zellen sich teilen, Tochterzellen erzeugen, dann geht von der Mutterzelle genetische Informationen an die beiden Tochterzellen. Das wäre hier der grüne Weg. Oder wenn wir Pflanzen, Tiere haben, die sich sexuell vermehren, dann wäre das auch von einer Generation zur nächsten vertikaler Gentransfer. Bei den Eukaryoten ist das die einzige Form des Gentransfers, von einer Generation zur nächsten kombiniert mit sexueller Vermehrung, haben wir dann bei jedem Übergang von einer Generation zur nächsten diese Durchmischung, diese Rekombination und das erzeugt genetische Vielfalt. Man könnte sagen, das Rohmaterial für die Evolution. Den Bakterien jedoch fehlt die sexuelle Fortpflanzung. Sie haben nur die vegetative Form und sie erzeugen genetische Vielfalt über eine andere Strategie. Diese andere Strategie der Prokaryoten besteht darin, dass sie Gene zwischen den Zellen der gleichen Generation austauschen. Die Zellen können also Gene von einer Zelle auf den Nachbarn übertragen. Diese zweite Form des Gentransfers nennt man den horizontalen Gentransfer. Horizontal, weil er eben innerhalb der gleichen Generation abläuft. Der horizontale Gentransfer kennen wir nicht von Pflanzen oder Tieren. Der ist typisch für Prokaryoten, fehlt bei den Eukaryoten, meint, dass einzelne Zellen Gene untereinander austauschen. Das kann innerhalb der gleichen Art sein, der gleichen Bakterienart, oder das ist auch möglich über Artgrenzen hinweg. Wir wollen gleich sehen, wie das funktionieren kann. Beim horizontalen Gentransfer werden drei verschiedene Strategien unterschieden oder drei verschiedene Möglichkeiten. Unglücklicherweise klingen die sprachlich relativ ähnlich, funktionieren aber ganz unterschiedlich. Die erste Strategie hat den Namen Transformation bekommen. Die zweite, das ist die Transduktion. Transduktion. Und die dritte, das ist die Konjugation. Wir schauen uns als nächstes diese drei Strategien an und wollen verstehen, was da jeweils genau geschieht, damit Gene von einer Zelle zur nächsten gelangen. Es hat Zellen, die sind blau und andere, die sind grün, dargestellt. Blau ist immer der Spender. Der wird hier auch als Donor bezeichnet. Grün ist jeweils der Empfänger oder in Klammer der Rezipient. Wir starten mit dem ersten Mechanismus der Transformation. Wie gesagt, der Spender ist jeweils blau und der Empfänger, der ist grün. Damit DNA von der blauen Bakterienzelle auf die grüne übertragen werden kann, muss die Spenderzelle absterben. Für den Spender endet dieses Abenteuer nicht so gut. Die Bakterienzelle, vielleicht im Boden drin oder bei uns im Verdauungstrakt drin, lebend, das Bakterium zerfällt. Das Chromosom, ringförmig, wird in Stücke zerfallen. Und diese DNA-Stücke gelangen dann in die Umwelt. DNA ist chemisch nicht wahnsinnig stabil, aber genügend stabil, damit sie für einige Tage oder Wochen, das hängt ein bisschen von der Temperatur und der Zusammensetzung des Bodens ab, wie z.B. dem pH. Für einige Zeit wird die DNA durchaus als grössere, längere Fragmente in der Umwelt existieren können. Hunderttausende von Jahren, das geht dann nicht, aber einige Tage oder Wochen, da sind grosse DNA-Fragmente durchaus existenzfähig in der Umwelt. Manche Bakterienarten, nicht alle, aber manche Arten, die haben, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie gestresst sind, z.B. wenige Nährstoffe zur Verfügung stehen, vielleicht aber auch Giftstoffe in der Umwelt auftreten, dann haben manche Bakterienarten die Fähigkeit, unter diesen Stressbedingungen wahllos DNA-Fragmente aus der Umwelt aufzunehmen. Die Strategie dahinter ist die, wenn das Zehntausende, Hunderttausende von Zellen machen, werden vielleicht einige wenige Glück haben und DNA-Fragmente bekommen mit Genen drauf, die ihnen ermöglichen, diese Stresssituation besser zu überleben. Wenn man nach dem Zufallsprinzip aber DNA aus der Umwelt aufnimmt, dann werden das meistens Stücke sein mit Genen drauf, die dem Empfänger nichts nützen. Viele Bakterienzellen, die das tun, werden leer ausgehen, aber gelegentlich, in seltenen Fällen, gibt es einen Gewinner, der hat dann einen Selektionsvorteil, der wird sich weiterhin teilen können und die Nachkommen, die erben dann diese neu aufgenommene DNA. Interessanterweise wird diese DNA auch in das Chromosom des Empfängers eingebaut. Das Fragment wird nicht nur aufgenommen, sondern auch dauerhaft stabil ins eigene Genom integriert. Das Interessante bei der Transformation, bei dieser Übertragung von DNA von einer Zelle auf eine grüne Empfängerzelle, das Interessante besteht darin, dass auf diese Art und Weise Gene von einer Bakterienart auf eine andere Bakterienart übertragen werden kann. Also der Transfer funktioniert über Artgrenzen hinweg. Bei der sexuellen Vermehrung der Eukaryoten geht das nicht. Die sexuelle Vermehrung ist nur möglich innerhalb der gleichen Art. Dort können sich Individuen der gleichen Art miteinander paaren, haben dann Nachkommen. Auf diese Art und Weise bleiben aber die Gene in der Art drin, in dieser Population drin. Bei der Transformation können Gene von einer Art auf eine andere übergehen. Die zweite Form der Genübertragung ist die Transduktion. Die geschieht mithilfe von bakteriellen Viren. Das können wir mit dieser Grafik zwar in groben Zügen überblicken, damit es aber etwas besser verständlich wird, wechseln wir zu einer anderen Abbildung. Die Transduktion wird auf Seite 54 genauer beschrieben. Wir benötigen dafür wiederum blau einen Spender, das wäre der Donor hier, und grün einen Empfänger. Das Ziel besteht darin, ein DNA-Fragment vom blauen Chromosom soll am Schluss hier beim grünen Empfänger ankommen. Damit das möglich ist, brauchen wir Unterstützung. Die Unterstützung erfolgt in Form von einem ganz besonderen Virus, nämlich in Form von einem Bakterienvirus. Diese Bakterienviren nennt man auch Phagen. Wir schauen uns die Entwicklung von Viren nächste Woche noch genauer an. Heute wollen wir nur so viel davon bereits besprechen, damit wir den Weg des Gens vom blauen Spender zum grünen Empfänger nachvollziehen können. Der Phage, das Virus, bindet an die Wirtszelle, das wäre das blaue Bakterium, bringt dann sein Genom in die Wirtszelle ein. Das Viruspartikel wird basierend auf dieser genetischen Information sich in der Zelle drin vermehren. Damit man aus einem Viruspartikel ganz viele Partikel bekommt, muss man das mitgebrachte Genom vervielfältigen. Damit da genügend Bausteine zur Verfügung stehen, wird das Chromosom des Bakteriums abgebaut. Das Chromosom hat hier jetzt so ein bisschen die Funktion wie einen Steinbruch. Mit diesen Nukleotiden können Kopien des viralen Genoms erzeugt werden. Das blaue Chromosom der Wirtszelle wird also fragmentiert und wird grösstenteils zerstört werden. Die Viruspartikel benötigen dann noch eine schützende Hülle um das pinkfarbene Genom herum. Das sind Proteine. Die Gene bringt das Virus selbst mit für die Hüllproteine. Auch das werden wir nächste Woche noch im Detail anschauen. Wenn beides vorhanden ist, die Hülle und die Kopien des Genoms, dann können die zusammengebaut werden. Die Partikel, sehen wir da, sind jetzt vollständig. Jedes pinkfarbene Virusgenom ist geschützt von dieser Hülle hier. Am Ende des Vermehrungszykluses platzt die Bakterienzelle, gibt die Viruspartikel frei. Das Spiel kann von vorne beginnen. Jedes Viruspartikel kann jetzt eine neue Bakterienzelle befallen und sich wiederum darin vermehren. Soweit das Prinzip aus Sicht des Phagen. Soweit also der Normalfall. Beim Zusammenbauen wird meistens ein pinkfarbenes Genom des Virus in so ein Partikel integriert. Gelegentlich jedoch geschieht ein Fehler. Gelegentlich, selten, aber es kommt vor, wird so ein DNA-Fragment vom Bakterienchromosom in eine Virushülle eingepackt. Dieses Partikel, blau, gelangt dann auch in die Umwelt. Aufgrund seiner Hülle ist es in der Lage, an eine gesunde Bakterienzelle anzudocken, diese zu erkennen, daran zu binden. Das Partikel ist auch in der Lage, die mitgebrachte DNA, das Fragment vom blauen Genom, in die Zelle einzubringen. Und falls nun dieses mitgebrachte Stück eine gewisse Ähnlichkeit hat mit einem Bereich auf dem grünen Chromosom, dann kommt es zu einem Austausch. Das bisherige grüne Stück, das wird rausgeschnitten, das wird abgebaut, das geht also verloren und anstelle vom grünen Stück wird jetzt das blaue integriert. Diesen Prozess ersetzen und einfügen von einem ähnlichen, aber nicht gleichen Stück. Das nennt man homologe Rekombination. Da werden also ähnliche Stücke ausgetauscht. Homolog bedeutet da ähnlich und Rekombination, das bedeutet das Austauschen. Das wäre die zweite Möglichkeit, wie DNA von einer Spenderzelle, blau, via falsch verpacktes Viruspartikel auf eine grüne Empfängerzelle übertragen wird. Auf diese Art und Weise können also genetische Eigenschaften von einem Bakterium auf ein anderes gelangen. Die dritte Variante, die wir jetzt zum Schluss noch anschauen wollen, die haben wir auf Seite 56 und die hat den Namen Konjugation bekommen. Wiederum der Spender, der ist blau. Diese Zelle wird nun überleben. Diesmal hat der Spender Glück. Spender blau, Empfänger grün. Das bleibt gleich wie vorhin. Das Besondere beim Spender besteht darin, dass er ein Plasmid besitzt. Das ist ein ringförmiges DNA-Molekül. Dieses ringförmige DNA-Molekül enthält einige Gene. In dem Falle bei diesem sogenannten F-Plasmid oder Fertilitätsplasmid, Fruchtbarkeitsplasmid, sind die Gene, die da drauf sind, und kodieren sie für Informationen, welche den Transfer von DNA von einer Zelle auf eine andere ermöglichen. Der Spender dank seinem Fertilitätsplasmid erzeugt eine lange, dünne Röhre. Im Inneren hat es Zytoplasma. Diese lange, dünne Röhre nennt man einen Pilus. Mehrzahl wäre Pili. Der Pilus macht Kontakt mit der grünen Empfängerzelle. Jetzt haben wir eine durchgehende Verbindung, eine Röhre zwischen dem blauen Spender und dem grünen Empfänger. Das ist also eine Zytoplasma-Brücke. Eine physische Verbindung, innen drin hohl. Das Ganze ist allerdings sehr dünn, damit nun durch Strömung oder Scherkräfte die beiden Zellen nicht wieder voneinander getrennt werden, wird der Pilus verkürzt, so dass dann zwar immer noch eine Brücke zwischen den beiden Zellen vorliegt, aber die Distanz zwischen beiden Zellen möglichst klein geworden ist. Wenn das Geschehen ist, der Pilus ausgebildet wurde und verkürzt wurde, dann wird DNA von einer Zelle in Form eines Einzelstrangs auf den grünen Empfänger übertragen. Wenn lediglich ein Strang der Doppelhelix übertragen wird, bedeutet das, es bleibt ein Strang zurück. Dieser zurückbleibende Strang wird vom Spender wieder zu einer Doppelhelix ergänzt. Gleichzeitig, wenn der andere Strang aber auf die grüne Zelle übergeht, dann kann auch sie den Einzelstrang durch DNA-Replikation, wie wir das früher gesehen haben, wieder zu einer Doppelhelix ergänzen. Es ist eine Art paritätisches Aufteilen. Der eine DNA-Strang, der Doppelhelix, geht auf den Empfänger, der andere bleibt zurück. Beide haben genügend genetische Informationen, um ausgehend von ihrem Strang den zweiten komplementären Strang ebenfalls erzeugen zu können. Zum Schluss haben wir folgendes Resultat. Der Spender, blau, hat seine DNA, in dem Falle sein F-Plasmid, behalten. Er hat immer noch eine Kopie. Und die grüne Zelle ist jetzt neu auch stolze Besitzerin von diesem Plasmid. Sie hat einen Strang bekommen und den ebenfalls zu einer Doppelhelix ergänzt. Im Beispiel dieser Abbildung wurde das Fertilitätsplasmid selbst übertragen. Jetzt ist also neu auch die grüne Zelle fähig, solche Pili zu machen, solche Verbindungskanäle zu bauen und DNA auf weitere Bakterienzellen zu übertragen. Es muss nicht zwingend das Fertilitätsplasmid selbst sein. Es können auch andere Plasmide sein, zum Beispiel Resistenzplasmide mit Antibiotika-Resistenzgenen drauf. Es hätte auch sein können, dass das rote Plasmid übertragen worden wäre oder vielleicht das violette. Und ebenfalls möglich ist es, dass nicht Plasmide, diese kleinen ringförmigen DNA-Moleküle, übertragen werden, sondern Stücke vom Chromosom selbst. Über diese Pili, über diese Konjugation können also auch sämtliche Gene, die sich in einer Zelle drin befinden, auf einen Empfänger übertragen werden. Wir haben drei Varianten kennengelernt. Die Transformation, die Aufnahme von DNA aus der Umwelt, die Transduktion, die DNA-Übertragung via Viruspartikel von einem Bakterium auf ein anderes und hier die dritte Variante, die Konjugation. Da wird eine Verbindungsröhre, ein Pilus gebaut, um dann DNA von einem Spender auf einen Empfänger zu übertragen. Auf diese Art und Weise können Bakterien für genetische Vielfalt sorgen, innerhalb einer Zellpopulation. Da können also Zellen entstehen, die sich von ihren Nachbarn unterscheiden, genauso wie Individuen bei Eukaryoten sich unterscheiden, die aufgrund von sexueller Vermehrung entstanden sind. Also die Strategien, die wir kennengelernt haben, die erzeugen innerhalb der Bakterien genetische Vielfalt. Damit haben wir es geschafft für heute. Ich verabschiede mich an der Stelle und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch heute in einer Woche wieder zuschalten würdet. Tschüss zusammen. Und da bitte wieder. Tschüss. Das war nicht.